Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 3. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1075 und heute haben wir die folgenden Themen für euch. Elon Musk, Super Follows, Deep L, 200 Megapixel, Bird Bike und PS5. Und ja, viel zu früh am Morgen, ich bin müde, Entschuldigung. Der Streit eskaliert, das ist natürlich eine heftige Headline, aber ja, irgendwie Millionärskindergarten, wie man dem so schön sagen kann. Immer wieder mal kommt ein Tweet von Musk in Richtung dem klagewütigen Ex-Amazon-Gründer und Chef Jeff Bezos. Warum? Ja, der klagt. Unter anderem will er ja nicht akzeptieren, dass SpaceX das Mondtransportzeugunternehmen gewonnen hat für die NASA oder den Auftrag gewonnen hat, um für die NASA Dinge da auf den Mond hochzubringen. Auch möchte er jetzt, dass die Nachfolgeversion, also die überarbeitete Version der Starlink-Satelliten bei der FCC nicht durchgehen. Und ja, Bezos klagt und Musk macht das, was er am einfachsten tut meistens. Und das sind Tweets schreiben über eben anderen Herren. Am liebsten würde er irgendwelche, ach was waren das, Laser-Dinger, die man da hoch schippert, in Richtung des Kopfes vom anderen Herren schiessen. Ziemlich unschön, aber ja, halt eben, Millionärskindergarten, ganz extrem. Twitter-Follows, oder besser gesagt, Super-Follows sind jetzt offiziell. Man kann, wenn man über 18 ist, ein iOS-Device hat, in Kanada oder USA lebt, mehr als 10'000 Follower hat und in den letzten 30 Tagen mindestens 25 Tweets abgesetzt hat, dann kann man an dem Programm teilnehmen. Man kann von den Followern 3, 5 oder 10 Dollar im Monat abknüpfen und bekommt dann 97% der Abo-Einnahmen. Die gehen an Gebühren für Drittanbieter drauf. Ja, mal schauen. Würdet ihr Super-Follows absetzen? Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Neuigkeiten gibt es endlich zu einer bis anhin sehr einfachen App, der DeepL-App, also die App zu dem Dienst DeepL unter iOS. Die konnte nicht viel, auch bei Android kann sie nicht viel. Jetzt ist es zumindest so, dass die Pro-Nutzer, die da einen Account haben, Geld hinterlegen, um eben das Ganze einfacher zu nutzen und vor allem auch mit längeren Texten etc. Die bekommen die ganzen Funktionen jetzt auch unter iOS geboten. Mehr ist noch nicht drin. Also hier ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, würde ich behaupten. Weiter geht es mit Samsung. Die haben eine Produktseite aufgeschalten zum neuen Kamerasensor. ISO Cell HP1 heisst das Teilchen. Und das hat 200 Megapixel. Die verrückte Geschichte mit den noch mehr Megapixeln geht eine Nummer weiter. Eindrücklich, was da alles drin verbaut ist, was man damit aufzeichnen kann. Die Möglichkeiten, die da drin sind, grundsätzlich, die Auflösung liegt bei 16.384 x 12.288 Pixel. Man kann 8K Video aufzeichnen, 4K logischerweise, bis und mit, wenn man dann runter geht, auf Full HD auf 240 Frames per Second. Deswegen, ja, nicht immer ist mehr besser. Das haben schon viele Hersteller bewiesen, unter anderem auch Samsung. Hier dürfen wir gespannt sein, wann ein solches Smartphone mit eben verbautem Chip rauskommen wird und wie das Teil dann ausschaut. Wie riesig das der Kamerabump vor allem ist. Die Dinger werden ja auch immer grösser, heftiger und so weiter. Der E-Scooter-Verleiher, von da kennen die meisten Bird wahrscheinlich, hat jetzt ein neues Produkt. Nicht neue E-Scooter, die sie bringen werden, sondern, ja, das Fahrrad gibt es ja schon in den Staaten. Jetzt ist angekündigt worden, wenn das Ganze nach Europa kommt. Wo und welche Länder in Europa wurden noch nicht konkret verlautet. Aber man weiss, dass sie anfangs 2022 auch zu uns kommen. Wenn man sich das Fahrrad ein bisschen genauer anschaut, ist es ein bisschen eine Wischung zwischen, ja, halt ein normales Fahrrad und einem One Move. Sobei, ja, gewisse Geschichten wie eben der Querstange etc. erinnern sehr stark an das One Move. Aber es gibt auch Funktionen, die vom Cowboy E-Bike herkommen könnten. Das ist nämlich die fehlende Velokette, welche durch so einen Carbonriemen ersetzt wurde. Ja, alles in allem, die europäische Version kommt mit abgespeckter Version daher. Die wird nämlich von 500 auf 250 Watt runtergedrosselt und kann somit nur 25 Stundenkilometer fahren. Was halt bei uns erlaubt ist. Mit integriertem Display und so weiter, das kommt dann wieder das One Move zum Zug und halt den ganzen Möglichkeiten. Ab 1999 Euro soll man da mit dabei sein. Und zu guter Letzt gibt es noch eine kleine Ankündigung aus dem Hause Sony. Die haben nämlich aus dem PlayStation Abteilung ein PlayStation Showcase ausgerufen. Da soll es einen Blick auf die Zukunft der PS5 geben. Und jetzt wird natürlich fleissig im Web darüber spekuliert, was das sein kann. Das kann zum Beispiel ein neues VR-Headset für die PS5 sein. Das sind auf jeden Fall neue Spiele, aber eher kleinere Spielestudios, die da zum Zug kommen. Aber in puncto Hardware und aber auch Firmware wird einiges erwartet. Wir dürfen gespannt sein. Zumindest die PlayStation-Fans unter euch. Ja, und das war es dann auch schon. Es ist Freitag. Ich gehe jetzt schlafen. Ihr habt einen schönen Start in den Tag. Und ja, wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.